Hallo und willkommen zu einem neuen Replay in Vano. Heute habe ich mal und seit langer Zeit auch wieder ein schönes Replay und zwar hat mir der Fischi einen zugeschickt, das ist aber schon wohl älter. Das ist von dem vor dem großen Patch glaube ich noch gewesen und das ist von einem Turnier, also ein Turnier, ein 2 gegen 2 Turnier, Friday Night Turnier war das wohl, wo einige der besten Spieler von Vano, die es derzeit gibt, mitgespielt haben. Das heißt, wir werden jetzt hier wahrscheinlich ein sehr hochkarätiges Gameplay von allen Seiten sehen und wie gesagt, 2 gegen 2, das heißt also, die werden sich alle kennen und Discord gewesen sein und mit Teamstrategie und die Map studiert haben. Also da geht es jetzt, ich weiß gar nicht, worum es gegangen ist, aber es geht zumindest um die Ehre. Wenn ihr mit den besten Spielern der Welt spielt, dann wollt ihr natürlich auch entsprechend gut auftreten, denke ich. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Zwei, drei Worte zu der Map vielleicht. Ich habe die persönlich noch nicht so häufig gespielt, aber was mir schon aufgefallen ist, eben am Durchgucken, ist, hier rechts kann man relativ gut noch Komment hinstellen. Also erstmal, alle Sektoren sind 1 bis auf die mittleren, die sind 2, also im mittleren. Kilo hat 2 und Delta hat 2 und Juliette hat 2. Das heißt also, der Zweier, der contested ist, könnte unter Umständen dann Kilo jetzt hier werden gleich. Da muss man mal gucken. Also das hier ist quasi die eine Seite und das ist die andere Seite und das ist die Mitte, könnte man sagen. Man könnte sagen, das sind die contested Sektoren, also wenn man links und rechts gleichzeitig verliert, dafür über die Mitte erobert, hat man genauso viel Siegpunkte. So, rechts ist mir aufgefallen, dass man hier einen Komment reinstellen könnte. Gibt es hier einen Wald, hier gibt es Häuser überall, hier unten gibt es kleine Waldstückchen. Das heißt, für den Gegner ist es relativ schwer zu raten, wo das Komment steht, relativ, nicht perfekt. Auf der linken Seite ist das gar nicht der Fall. Auf der linken Seite könnt ihr hier vor unten stehen und hier stehen, was sehr klein ist und da oben vielleicht stehen, wenn ihr auf der anderen Seite seid. Also wenn ich im Süden bin, stellt ihr da ja nicht einen Komment hin. Mit anderen Worten, die Seite lässt sich viel, viel schwieriger halten als die rechte. Deswegen man wahrscheinlich die Seite mit Absicht ein Anführungszeichen dem Gegner schenken sollte. Ja, da könnt ihr da Comments snipen und dafür die Rechte nehmen sollte, wenn man im Süden anfängt. Das wäre so meine Strategie, die ich mir hier überlegt habe. Und ja, die Mitte, wie gesagt, die Mitte ist halt hart contested jetzt hier. Also es ist die Frage, wer diesen Zweiersektor bekommt. Also bekommen wird ihn eigentlich nur der, die Seite, die halt schafft, dieses Waldstück hier und die Seiten erfolgreich zu erobern. Ansonsten kann man da keinen Kommentar reinstellen, dass der Selbstmord, ne? Aber wenn man es halt schafft, das, das, das und das zu erobern, dann kann man auch die Mitte nehmen, plus zwei. Und dann hat man Spaß. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen rein. War eine lange Aufstellung immer sowas hier. Ja, die Öffnung, ich gucke gerade mal ganz grob. Ja, wir sehen schon hier leichte Fahrzeuge, können das ein bisschen langsamer machen. Hier unten sind diese SPG 90, das sind Jeeps mit Recoils, Rifles. Die sind eigentlich nur da, um ungepannte Transporter abzuknallen. Sonst verrecken die einfach gegen alles. Erst wenn man die anguckt, fallen die oben, ja? Das ist halt ein Jeep mit einer Knarre oben drauf. Aber ist ja ganz gut. Also wenn ihr mit so einem Jeep hier, das ich mir jetzt angucken kann, genau. Wenn ihr mit so einem Jeep halt einen Transporter tötet und da war der Infanterist drin, hat es sich massiv gelohnt. Selbst wenn ihr zwei Transporter abknallt, die so ein 20er Stück kosten, habt ihr auch schon plus fünf. Also ihr könnt damit auf jeden Fall Druck machen mit den kleinen Dingern. Toll sind sie halt jetzt nicht, muss man durch. Stays haben sie trotzdem gut. Also von daher kann man auch in den Wald noch ein bisschen unsichtbar wahrscheinlich ballern damit. Ansonsten sehen wir hier Infanteristen mit Metiswerfern, Konkurs, also alles Raketenwerfer. Sehen wir da oben ebenfalls, Fallschirmjäger mit Raketenwerfern, also Metis sind alles Raketenwerfer. Hier sehen wir ein Spätznatz, oh es geht los. Ja, und hier unten rechts, das sieht es ähnlich aus wie auf der linken Seite, Konkurs und SPG 9. Können wir ja mal mitfahren bei den Jungs. Das sind die kleinen Jeeps. Also beide Spieler haben sich, das ist übrigens Speed 1, der fährt ja wirklich so schnell. Beide Spieler haben sich halt entschieden für, nein, ich wollte im Hinteren mitfahren. Beide Spieler haben sich auf jeden Fall entschieden für diese 3 Jeeperöffnung. Einfach um Scouts abzuknallen vermutlich mal. Aber wie gesagt, von der Möhre würde ich nicht so viel erwarten. Das kostet aber auch nur 35er Stück. Hast du einen Platten? Hier, die die Straße langfahren, die haben alle keinen Führerschein. Da war ein Unfall, siehst du? Das kommt von eurer Fahrreise. What's that? Genau, jetzt geht es gleich los, die Action vermute ich. Also da hinten haben sie wahrscheinlich schon die Kampferlikopter gescoutet. Das sind natürlich Schlachtschiffe, ne. Die hämmern jetzt hier die SPGs einfach weg auf der Straße. Da wird es jetzt links gleich brennen. 110, kostet nicht so besonders viel. Und der löscht jetzt einfach die Jeep aus. Und dann sind das halt 70 Punkte zum Teufel. Zusätzlich kommen noch ein paar Raketen. Das war wohl offensichtlich gar nicht nötig gewesen. Da oben ist ein Bomberanflug. War direkt am Abfangjäger in der Luft. Und jetzt holt er sich die Spätzmasse mit der Bombe. Und die zweite Bombe. Sieht aber so aus, als ob zwei Spätzmasse mit jeweils einem leben. Ne, der hat man meint. Also der Bombenangriff hat weh getan. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht zählen kann, wie viele Flieger dafür gestorben sind. Ich glaube, der eine, die eine MiG-27, der eben war, waren ja zwei. Die ist, glaube ich, gerade vom Abfangjäger abgeknallt worden. Das ist die Frage, was der andere Abfangjäger bekommen hat. Das ist, wenn man reinzoomt. Aber hier drüben kracht es auf jeden Fall. In jedem Fall die Spätznasarmee, die sogar mit Nachschuppen alles reinkommt, die sich hier gemütlich machen wollte. Die wurde ausgelöscht. Und das ist natürlich, Spätznas sind es ultra teuer. Beide Seiten haben einen Kommentar hier drin. Ist allerdings gefährlich, weil wo soll der stehen? Außer dem Haus. Das wäre sichtbar. Also da ist das sehr, sehr gefährlich. Hier unten ist das schon ein Tick besser. Der könnte überall sein. Und ist tatsächlich auch hier ein Pferd halt spazieren. Aber ist hinter dem Wald wahrscheinlich gut unsichtbar. Ja, die werden ihn wahrscheinlich nicht sehen da hinten. Konkursraketenwerfer. Genau. Und der Kommentar kann sich zurückziehen. Also rechte Seite im Grunde genommen jetzt erfolgreich contestet. Abfangjäger in der Luft. Linke Seite. Keiner will einen Kommentar rein. Also die haben wahrscheinlich das eh nicht gedacht, dass das keine schöne Ecke ist. Hier stehen ein paar T-72 rum. Das sind glaube ich keine guten Panzer. Da fliegen die Konkurs. Also da hat kein Raketenwerfer drauf. Es gibt ja auch Billigpanzer mit Raketenwerfer. Jetzt kenne ich die Decks aber nicht mehr auswendig. Vielleicht haben sie das gerade nicht dringend gehabt. Aber für das Schlachtgebiet hier ist das Panzer mit dem Doppel-MG unbrauchbar, finde ich persönlich. Also nicht selten haben halt gerade die Paktpanzer, haben halt auch mal einen Mg, statt einem Mg mehr, statt einem Schwer-Mg, haben ihre Raketenwerfer dabei. Die gibt es auch, die Modelle. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das in dem Deck drin war. Ja, Mitte ist sehr, sehr schmach ausgeprägt. Sie obern langsam Boden hier. Teilen sich auch ein bisschen auf. Ist natürlich, je weiter sie jetzt reingehen, ne, das ist so gefährlicher wegen den Bombern. Der Mattis hat Spaß. Das sticht der Nächste durch. Also es sieht für die sehr gut auf der linken Seite aus. Ist rot gegen rot, ne, keiner mag NATO hier. Bam, Bombe. Also es war eine Rocket Pod. Ja, so links scheint verloren zu sein. So sieht es im Moment aus. Dafür ist rechts aber gewonnen. Problem ist halt, wenn ihr zu weit vorrückt jetzt mit dieser Infanterie, die können einfach gebombt werden, ohne, ne. Das ist ja keine Flugabwehr. Das heißt, sie verlassen sich jetzt sehr stark. Verlassen die sich auf ihren, ne, wie der hier einregnet. Aber das hätten die auch ohne Schweres im G geschafft. Die verlassen sich jetzt sehr, sehr stark auf ihre Abfangjäger, ne. Also wenn jetzt gleich die Bomber kommen, und die haben ja Bomber hier im Süden, dann werden die Abfangjäger sicher zu spät kommen. Und sie haben hier auch Abfangjäger, um die Abfangjäger abzufangen, ne. Also die werden hier sehr stark unter Druck gesetzt. Trotzdem, also wenn die hier sichtbar werden, dann werden die gebombt. So simpel ist das. Allerdings sind sie noch nicht sichtbar. Es kommt sogar der Cluster für die T-72. Ist das vielleicht eine etwas teure Clusterbombe? Fragezeichen. Weil, ne, die kosten ja nur 100, das Stück. Ja, und der Clusterbomber ist jetzt tot. Also, und sie wussten ja, dass die Abfangjäger hatten. Also das war eine sehr komische Bombe für Billigpanzer, muss man sagen. Und man kann damit rechnen, dass da eine Flugabwehr auch war. War tatsächlich keine da. Außer die beiden Jäger. Aber hätte man auch mal rechnen können. Also den Clusterbomber, den hätten sie, das war völlig unnötig. Und selbst wenn er sich vernichtet hätte, also was wäre denn dann passiert? Also hätte er rüber gewollt, hätte er auch so rüber gekonnt. Er kann die ja ebenfalls, also tut die ja One-Shotten im Wald, ne. Also von daher sehe ich nicht, warum der Clusterbomber da zum Einsatz kommen musste. Hartle-Viduelle laufen nebenbei so ein bisschen. Also links auch überlaufen. Wenn noch nicht ganz perfekt, wie wir gerade festgestellt haben. Und hier sind sie ab und vorrücken dafür. Also Fischi räumt auf. Also die Spätze hat eben im Wald ausgelöscht hat mit seinen Bomber. War sicher sehr, sehr schön. Hätte hier irgendwie nicht nach, dass sie die ausgemacht. Ist eigentlich an, ne? So weit weg ein Stück. Rocketport-Helikopter. Ist ja die Frage, wo Fischi hin möchte, ne. Also im Grunde genommen kann es ihm ja egal sein, ob da einer im Wald ist an der Stelle. Auf der anderen Seite hat er eine ganze Armee hier. Also ist immer so eine Sache, wenn man dann die einfach so rüberfährt, ne. Und dann will er einfach weiter den Druck hier aufrechterhalten wahrscheinlich. Aber genau genommen müsste er hier überhaupt nicht hin, was ja auch gefährlich ist, ne. Schöne Explosion. Also es gibt keinen Bedarf da jetzt irgendwas zu machen auf der rechten Seite. Zumindest wenn er jetzt neu kauft, sollte er wahrscheinlich, also wenn ich ein großer Verfechter von, sollte er mobile Sachen jetzt kaufen für den Mitspieler. Er kann ihm Nachschub hinstellen. Er kann jetzt vielleicht mehr Flieger bauen, ne. Vielleicht ein Flugabwelchen, das geht auch noch. Genau. Was sind die Fischi Jäger? Dogfight! Oh, ist gerade weggehüpft. Schade. Ist wahrscheinlich geweckt ist. Ja, aber Fischi hat auf jeden Fall hier zwei MiG-29 und die räumen andauernd auf. Die Frage, wie viel Jäger der auf der Hand hat, aber das ist genau die richtige Antwort, ne. Also Boden nach Mäh auf der einen Seite lassen und dann Support spielen, ist noch nicht Micron, muss im Grunde genommen viel. Auf die andere. Und hier auch, wenn man hochgradiert die Lufterwerfer der Mitspieler, um die Jelis runterzuholen wahrscheinlich. Also wunderbare Idee. Guter Mann. D-72. Hubschrauber bringt er kurz rüber. Das kann man sicher auch machen. Gerade hier kann man eigentlich erwarten, dass da keine Lufterwerfer kommt. Um keine schicken Jäger rein, um so einen Billig-Hubschrauber abzufangen, ne. Das wäre ja Wahnsinn. Und sobald er ein Infanterist in den Wald guckt, ne, würde er den einfach auslöschen. Das sind schon Monster, diese Dinger. Krass, wie groß die sind. So, neue Leute kommen. Wieder mit Mäh-Tis-Raketenwerfern, einfach weil es halt hier ein offenes Gelände ist. Muss man allerdings auch dazu sagen, die halten nicht besonders viel aus, die Teile. Also im Grunde genommen sind das ja alles Infanterie-Kämpfe. Wahrscheinlich war es nicht so wichtig. Ist immer nett, eine Rakete extra zu haben und der Gegner weiß ja auch oft nicht, welche das ist. Jetzt versuche ich jetzt gerade einen Aufklärer hier reinzusneaken, damit er hier die Fahrzeuge besser aufdeckt. Das hat nicht funktioniert. Fischi hat seine Hubschraubermee dabei. Er hat jetzt auch einen Infanterist hier in die Kante gestellt. Also alle, die er nicht steuern muss, kann man so hinstellen. Wäre ich aber kein Freund von, weil er macht jetzt immer mehr und mehr damit. Also so langsam wird es übel, weil er muss ja auch da rechts machen. Und wenn für eine halbe Sekunde einer aufblinkt, der ihn abgeschossen hat, weiß man nicht, wer das war und wo er war. Da kommt die Jäger. Wieder die MiG-29. Ich weiß noch nicht, warum die immer wieder in den gegnerischen Luftraum fliegen. Also die haben doch jetzt schon dreimal Bomber verloren an dieselben MiG-29, oder? Dreimal, wenn ich richtig gezählt habe. Also gegnerischer Luftraum ist halt, war schon immer, gefährlich. Das nennt sich das ja gegnerisch. Und das ist ja Flugabwehr im Boden auch noch zu erwarten. Also Bomber sollte man meines Erachtens nur da einsetzen, wo, also entweder ihr sicher seid, dass die Bomber rauskommt und die den Bomber halt opfern können auf der gegnerischen Seite und dafür genug Kut gemacht habt. Also gut, da tauscht es und das ist ja nicht immer sicher. Oder auf der Gegner, auf der eigenen Seite. Also wenn die jetzt mal hier einen Bomber einsetzen, das ist relativ sicher zum Beispiel, wenn die NATO, die Blauen das hier machen würden. Gleich gehen die großen Kämpfe los und jetzt sehen wir hier, eins der Probleme, wird halt nicht gemikroht, der ist nicht ausgestiegen, ist im Fahrzeug. Das platzt dann richtig und das ist der Grund, warum man das nicht machen sollte. Das und viele andere. Ist gerade ausgestiegen in letzter Sekunde. Aber trotzdem, wenn das Fahrzeug explodiert und er steht daneben, dann wird er trotzdem gestunnt. Genau, hat er noch mal Glück gehabt, wo der gestunnt wurde. Ist immer noch High Coision. Da ist der Feuer-Support von den Helis. Bam, 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 bam. Und tot. Da kommt der AA-Helikopter plus einen Billigjäger. Denkt man, dass der billig war. Hat sich einen geholt, der andere holt sich jetzt den anderen. Dann holt er erstmal die Mii runter, also den Scout-Helikopter. Noch einer war da gewesen, ein Jäger. Es kommt ganz viele rein, es kommt der Bomber rein. Flugabwehr, war sehr schwach ausgeprägt. Allerdings war eine einzelne Kuppe inzwischen da. Wow. Aber man hat das jetzt, glaube ich, gesehen. Also es ist nicht einer der drei Flugzeuge, die jetzt kamen, gestorben bei dem Angriff. Während eben gegnerische Bomber alle gestorben sind im Luftraum. Und deshalb funktioniert das. Also die schleichen gerade zum Verstärkungspunkt hier über, der aus dem Wald hier kommt. Also wenn die gleich hier unten sind, dann werden die einfach ein paar Sachen one-shotten. Also das müssen die tatsächlich unterbinden langsam. Und das machen sie ja auch mit den Helis. Die Polizei ist unterwegs. Die Frage, ob sie wissen, dass da noch einer ist. Den haben sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Also Kampflugfrauber sind in der Verteidigung unglaublich stark. Die waren eben davon angegriffen. Jetzt sind die jetzt alle tot. Also so halbtot, der eine ist tot, der andere noch zwei leben. Aber in der Verteidigung sind die sehr, sehr stark. Strähler kommt. Und auch nicht übertrieben mit der Zeit. Was ist denn da in der Mitte los? Also normalerweise, wenn jemand smogt, bedeutet, dass es danach ein Angriff kommt. Das sieht gar nicht aus, ob er angreifen wollte. Na, vielleicht doch. T-34. Die stehen schön in einer Linie. Sie fahren los. Ich komme mit. Dann, 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 dann. Ja, der hat er zugesmogt. Jetzt kommt der T-34-30-Small. Also zur Erinnerung, das sind scheiß Panzer. Aber jede Menge von der Scheiße. Da ist der Panzer. Ja, also die kosten sogar weniger als der Jeep von eben. Aber die machen in der Masse schon viel aus. Und die können ja jetzt nicht super zurückschießen, weil halt viel zugesmogt wurde. Also jeder, der einzeln jetzt auftaucht, der wird jetzt von dieser Panzerarmee überrollt. Zusätzlich ein paar Faggots, das sind dann gute Raketenwerfer, die eben einfach alles wegnuken. Also es ist jetzt einfach nur ein Tank-Shield, ein Meat-Shield, was jetzt quasi Kontaktscout spielt. Und wenn jetzt euch diesen Infanteristen aufdecken, ja, dann stirbt der erste zwar. Dann schießen wir aber 20 zurück und dann sind wir auch tot. Ja, und der Feuer-Support kommt auch in den Raketen und alles. Eventuell wäre gut dabei gewesen, hier einfach schon mal vorher wegzugehen. Als der Smoke kam, wäre vielleicht zu früh gewesen. Hier war ein Loch. Aber vielleicht hätte es Sinn gemacht, wegzugehen. Also die T-34 kommen, hat es sehen. Also ein schöner Angriff. Sehr schön gemacht. Hier auf der rechten Seite fehlt vielleicht nochmal ein bisschen Smoke. Ist vielleicht auch Absicht, weil sie da einen Aufklärer haben und hoffen, dass sie da Raketen reinschießen können. Die BMPs sind eingeladen, vielleicht genau ausladen. Links wird es auf der Straße kommen, ganz schnelle Leute rein. Das war ein richtig mobiler Angriff. Also die setzen da wirklich alles auf Push. Jetzt kommen hier ganz viele Infanteristen mit T-34 zusammen. Was für ein epischer Angriff von den beiden. Da kommen jetzt aber Bomber. Okay, der epische Angriff hier ist vorbei. Da kam ein Bomber und dann kommt der nächste. Clusterbombe. Gut die Infanterie natürlich nicht stören. Luca wäre aber auch bereit. Fahrzeuge sind alle tot. Ist ja die Frage, ob ein Clusterbomber für 100 Punkte, für 300 Punkte, was es ist, wenn er fünf Panzer vernichtet, ob es sich halt lohnt. Da geht es dann jetzt auch nur noch um Reaktionen. Allerdings, wie wir sehen, ist der Wald relativ voll. Also der Angriff scheint schon zum Scheitern verurteilt zu sein. Die erste Linie haben sie ja ausgelöscht. In der zweiten Linie stehen aber T-64 BV. Das könnt ihr halt vergessen. Die sind viel zu stark für alles, was verkürt. Und der Smoke, der lichtet sich auch noch gleichzeitig. Also ich denke, dass der Angriff fehlgeschlagen ist zu diesem Zeitpunkt. Die müssen sich jetzt zurückziehen. Die Infanteristen müssen zurücklassen. Die sind tot davon, keine Frage. Auch hier schöner Einsatz der Panzer im Rückwärtsgang. Einfach Distanzen zwischendurch halten. Obwohl ich tatsächlich inzwischen überlegen würde, alles Panzerfaxen, man sieht schon gar nichts mehr. Ich würde inzwischen überlegen, mit dem Panzer nach vorne zu fahren und die einer, die sie zurückziehen, alle zu töten, dass keiner nach Hause kommt. Helikopter. Ich glaube, die überstehen gerade ihr Welcome. Also der Angriff ist ja wie gesagt fehlgeschlagen. Der Smoke ist zusätzlich weg. Ich würde wahrhaftig nicht noch mehr jetzt in diesen Kessel da reinbringen. Sagen wir so, sie haben zumindest die gegnerischen Scouts weggeräumt und einen eigenen in den vorderen Wald gebracht. Also ganz umsonst war er wahrscheinlich nicht. Wer jetzt mehr verloren hat, also sieht nach Masse aus, was sie verloren hätten hier. T4-30 war es nicht an den Infanteristen. Aber allein schon der Clusterbomb hat ein Vermögen gekostet, der eben auf der anderen Seite gestorben ist. Also da ist schwer zu sagen, ob das wirklich jetzt ein epischer Unterschied war. Aber das mit dem Heli, das muss nicht sein. Wir hätten früher dabei sein müssen, dass die T64 die ganze Zeit geballert haben. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, das war der Angriff. Also abgeschlagen. Ich drehe wieder zurück auf die andere Seite. Mehr und mehr Truppen kommen. Seiten auf den links, rechts. Die Flanken haben sich stabilisiert. Obwohl der Spätz nach der anderen Meinung ist, merke ich gerade. Der löscht ihn natürlich aus, keine Frage. Das dauert dann nicht lange, bis man da tot ist. Ich würde da nicht hinfliegen, weil die Osa, die hier vorne steht, das ist schon ziemlich episch gut an der Stelle. Ist allerdings an. Die stirbt auch episch schnell an einem Seed, wenn man da nicht aufpasst. Also der die ausmacht, wenn da ein Seed startet, das halte ich für unwahrscheinlich. Der hat eine Splitzsekunde Zeit. Der rechnet einfach damit, dass auf dem Level keiner ein Seed spielt. Was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Hier das Problemmoment ist, dass sie halt diesen Wald nicht haben. Also der wird schwierig, ordentlich vorzurücken. Auf der anderen Seite haben sie das Spiel ja gewonnen mit 2600 Siegpunkten, wenn der Gegner nichts macht. Also der Gegner ist im Zugzwang. Der muss noch irgendeinen Punkt gut machen. Ist noch genug Zeit. Also wir haben noch hier 24 Minuten. Wieder so ein Suicide-Kommando, oder was? Sehr schnell. Willst du einen T-72 holen? T-72? Echt? Ne. Vielleicht wollte er einen T-72 holen. Aber die kosten doch nichts, oder? 100 Punkte? Wer kann man für den da rein, oder? Raketenduelle? Es ist immer ein schlechtes Duell, wenn ihr mit dem Panzer vorfahrt und hofft, dass ihr nur ein, zwei Raketen aushalten müsst und dann was kaputt macht. In aller Regel kommen mehr als zwei, drei Raketen. Und ihr wisst ja auch nicht, welche der Raketen die Killer-Rakete ist. Manchmal müsst ihr euch entscheiden, ob er links-rechts dreht. Und jetzt hat er halt ein Panzer für 200 irgendwas verloren und dafür ein T-55 ausgestaltet für 90. Das war, glaube ich, übertrieben. Was haben sie Comment draufgebracht? Da geht es jetzt wirklich darum, einfach nur Siegpunkte weiter hochzubringen. Dass der bald sterben wird, sind sich, glaube ich, auch darüber einig. Aber man tauscht dann eben einfach Geld sozusagen gegen Siegpunkte. Wo stehen da T-72 M's? Also die rote Seite ist auf jeden Fall sehr aggressiv. Das muss man denen lassen. Müssen sie auch sein. Also sie verlieren gerade das Spiel an Siegpunkten ganz massiv. Früher oder später müssen sie sich wirklich mal irgendeinen Punkt sichern. Dass die T-72 hier stehen, das verstehe ich. Jetzt geht es hier um, das ein bisschen mit zu decken, vermute ich. Ja, die schießen auf das Comment. Das war eigentlich die größte Überraschung. Das ist gepanzert. Ist tatsächlich relativ preiswert dafür, dass es halt ein Panzerkomment ist. Einfach nochmal 100 Punkte drauf auf dem Pott. Geht nur um den Sieg. KDA zählt nicht bei sowas. Der müsste mal nachgeladen werden. Gerade das Rocket Pott ist ja sehr nice, wenn man das hätte. Ja, also die rote Seite ist immer noch alles in Stellung bringen. Der hat wahrscheinlich ein bisschen geprobt hier. Ja, es geht weiter. Die rote Seite kommt immer weiter runter. Super, Helikopter. Defense-Aufgabe gehabt, keine Frage. Aber Gegner haben Flak in den Wald gebracht und nicht zu wenig. Also beschissene Flak offensichtlich. Also MGs genau genommen. Ich denke, das waren schwerer MGs. Dann hätte ich zwei Punkte Schaden genommen. Also beide Seiten schießen aufeinander. Eigentlich passiert gar nichts. Okay, also gute Flugabwehr war es anscheinend nicht. Ja, das sind alle schwere MGs. Sieht aus wie bei Star Wars ein bisschen. Aber da passiert halt nicht viel. Der ist halt gepanzert, der Freund. Die müssen den von hinten oder von oben treffen. Wenn er sich so dreht, dann kriegen sie natürlich mehr Schaden rein über Zeit. Der Trudel, der Trudel, der Rotor. Er holt sich gleich auch wieder. Aber wenn man so hinten treffen, tut es mir ja weh. Ja, und jetzt setzen sie über. Sobald der Treibstoff, also die sind halt leer, die T-55. Also die fahren noch 400, 300 haben sie noch. Also da muss man jetzt aufpassen, dass sie nicht gleich im Wald-Afkar stehen, die Dinger. Wie gesagt, die kosten ja nichts, aber trotzdem. Der mag auf jeden Fall seine T-55. Ist hier wieder die Gefahr der Bomben ausgesetzt. Der Clusterbomber hat allerdings eben gestorben. Es ist die Frage, ob die Blauen noch einen Clusterbomber haben. Ja, und jetzt knielen die hier die Infanterie raus. Und jetzt können die sich halt an so Kanten setzen, wenn der Treibstoff das herbringt. Jetzt muss man wirklich aufpassen auf den Treibstoff. Ja, und die fahren nicht in die Backline. Wollen vielleicht sogar den Commenter hinten töten. Was ist denn daneben stehen? Helikopter hast du da gelandet? Echt? Da kommt ein Cluster. Sie hatten wohl noch einen. Ja, das ist ein bisschen tricky. Also, die sind so aufgeteilt, dass er jetzt hier, sagen wir, zwei, drei kriegt er sicher. Aber alle kriegt er sicher nicht. Genau. Und der Rest fährt einfach weiter. Aber er kann ja umsonst bomben. Oh, da haben sie wieder einen gefunden. Ihr solltet Spitznass. Aber das will ich mal sagen. In der eigenen Seite könnt ihr eigentlich bomben. Dumm ist nur, wenn deine Ose auf einmal steht. Das ist aber auch nicht so ganz normal. Oh, weiter geht's. Ja, die wollen jetzt gleich da rausbrechen. 135 Treibstoff. Feuer wird schon eröffnet hier vorne. Das heißt also, den Commenter haben sie eventuell gleich. Sie sollten auf die Commenter schießen ausschließlich. Ich würde wirklich den Rechklick auf den Commenter vorziehen an eurer Stelle. Jungs. Vielleicht noch zu weit weg, ne? Aber lange werden sie da nicht überleben in diesem Wald. Also, vielleicht ist ja auch zu gepanzert auf die Distanz. Sind ja nur, ne? Billig-Panzer. Aber nicht auf den Commenter krachen. Treibstoff. 100 hat er noch. Die haben halt nicht die beste Kanone der Welt. 14 AP. 7 Panzerungen. Sollte aber trotzdem klappen. Gut. Also, ich weiß noch nicht, welches Picknick die da machen wollen. Also, schieß doch den dreckigen Commenter ab. Konkurs ist leider leer da rechts. Bräuchte aber auch zu lang. Jetzt T-55 gegen T-55 hier im Moment. Verstehe das nicht. Okay, die Verstärkung abknallt ist immer gut, ne? Wenn man killgeil ist und so. Aber warum haben sie denn nicht Commenter getötet? War der zu unsiegbar für euch? Meine nächste Clusterbombe. Das haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Ja, und der Spät was? Also, das wird nicht funktionieren. Was will der denn machen hier? Der kann ja nicht auf den Commenter laufen. Das ist ja ein Panzer. Also, hätten sie den wirklich nicht bekommen, wären sie da eben alle rausgefahren. Ich meine, schon ein dicker Brocken für die. Aber waren ja auch nicht, ne? War ja nicht einer gegen einen. So, drehen wir nochmal zurück. Da ist ein Seedflieger übrigens. Aber der kann ja so dumm, lässt sich Luca werden. So, der nächste Angriff kommt, oder was? Fragezeichen. Ne, ist der Smog von unten. Wahrscheinlich wurde der Smog, der mit der länger überlebt. Haben gleich 1000 Punkte. Also, das rote Team war super aggressiv. Auch killgeil. Und hat sogar gerade einen Ping anvisiert. Aber das blaue Team spielt halt das Spiel, wie es gespielt werden soll. Nach Siegpunkten derzeit. Haben auch schon einen zweiten Commenter geholt. Einfach um die Mitte weiter zu halten. Da schießt die Adler da rein. Die hoffen, dir wahrscheinlich ein Glückstreffer zu landen, weil der ist ungepanzert. Linke Seite. Defense. Da fehlt auch so ein bisschen der Mood oder das Micro. So eine Strähler könnte man ja kurz nach vorne bringen und den Heli runterholen. Und dann können die Infanteristen wieder kämpfen. Auch ein Mortar vor Ort könnte helfen, sowas vielleicht zu bekämpfen. Oder halt auch hier mal ein T-34, weil die Flammenstöße da nicht so toll sind. Beziehungsweise der Pionier ist kein Flammenstöße, sondern ein Charge. Und die haben wir ja auch outrangen. Da war ein Seed. Das kam von hinten, gehört aber zu da oben. Machst du den mit dem Uhr, als kann man den nicht verkaufen. Oder? Na gut. Die Abfangjäger wieder. Ja, sie kommen einfach nirgendwo rein, die Roten. Das ist für sie ein Riesendrama derzeit. Von den Kills wäre sicher immer interessant zu sehen, wer jetzt besser abgeschnitten hat. Es sieht immer so aus, als ob sie mehr verlieren, die Roten. Aber tatsächlich verlieren die einfach nur preiswettere Einheiten. Werden halt so teure Clusterbomber und sowas. Und nochmal dicker Panzer bei dem blauen eher down geht. Und das ist wirklich im Moment noch schwer zu sagen, wer mehr da abschneidet. Haben jetzt ihr zweites Seed-Flugzeug. Also ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Fast 500 Punkte in Seeds bisher investiert. Das ist schon sehr heftig. Und der Adelriech-Sperr mit dem Malkas da hinten und so. Das ist ja auch nicht unbedingt preiswert. Und die müssen ja auch versorgt werden, die Teile. Die Baumtarnung ist solide, würde ich sagen. Da kann man nicht viel falsch machen. Schieß nochmal, bitte. Wenig. Da unten der schießt. Warm. Schon heftig, was so ein Geschütz machen kann. Hat aber 0 XP. Also tatsächlich macht es gar nichts. Abfangjäger, Dogfight. Sekunde, da machen wir mit. Da war der AT zum Locken da. Und hier sind es die teuren Jäger. Gott sei hässlich. Und wieder ein HE-Bomber wird jetzt anvisiert. Ne, die gehen auf einen Hubschrauber. Uh, und ein HE-Bomber wolltet ihr gar nicht? Glaubt ihr wirklich, hättet ihr den nicht bekommen da hinten? Ja, der sieht schon gut aus. Ja, der Luftraum sowie verkontestet auf der rechten Seite. Zentriere immer wieder zurück auf den ursprünglichen Spieler. Ich habe jetzt diese Striche hier an. Ich muss irgendeine Taste gedrückt haben, um diese Striche anzumachen. Ich bin nicht sicher, weil ich da gemacht habe und was das jetzt bedeuten soll, diese Striche. Minimalrange oder so? Ich habe die noch nicht vorgesehen. Also ich würde euch jetzt gar nicht sagen, wo diese Striche herkommen, was ich damit gemacht habe. Keine Ahnung, was das für ein Strich ist. Na, jetzt geht er aus. So, der mittlere Sektor, das ist schon wieder ein Seed. Die haben wirklich schon das dritte Seed-Flugzeug. Den Sektor haben sie jetzt ausgeschaltet. Aber wie gesagt, 1000 Punkte Unterschied. 14 Minuten, also da muss jetzt schon ein sehr epischer Kampf kommen. Ich glaube, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, gewisse Fronten kann man einfach nicht mehr halten. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt hier solche Einheiten abziehen würdet, so langsam. Alle in der Mitte sammelt, sowas hier meinetwegen. Alles in der Mitte sammelt oder wie auch immer. Die zusammenzieht halt in einem Punkt. Der Gegner weiß ja nicht, dass ihr abgezogen seid. Da gibt es ja keine Probing-Kämpfe. Dann hat der Gegner seine Leute immer noch da stehen und ihr habt eine Übermacht in der Mitte kurzfristig. Und das kann man schon machen und das muss man dann auch machen. Und dann muss es rechtzeitig machen. Also ihr könnt jetzt nicht einfach nur nicht zufriedensetzen, den Gegner immer nur die Comments zu snipen, wenn der Plus 2 tickt. Das geht halt nicht. Die müssen halt jetzt schon diesen Punkt erobern. Und dafür sollten jetzt alle Einheiten rübersetzen. Und das hier wirklich so notgedrungen verteidigen. Vielleicht noch billig in einer zurücklassen oder so. In jedem Fall müssten sie jetzt angreifen, sonst esse ich die Dogfights. Jetzt kommen die anderen T-55. Das war der Mortar ursprünglich, oder? Hat das aber überlebt, glaube ich. Da wird wieder gesmoked. Man sieht schon, Adelree war ja sehr beliebt in dem Gelände. Das waren die T-34 von eben. Könnt ihr euch gar nicht mehr sagen, ob die Fracks Deckung geben. Also bei Wargamer Dragon haben die auf jeden Fall die Brücke blockiert. Also wenn die ganzen Fracks stehen, ob man dann immer dazwischen ist und sagen, ich stehe jetzt hier und die Rakete kommt von da, ob ihr dann gegen das Frack knallt. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube nicht, dass es da eine Kollisionsabfrage gibt. Für Waffen zumindest nicht. So, die Kämpfe da oben laufen immer noch. Wir haben immer noch die Seeds und die Cluster da. Die wollen halt das Comment haben, oder? Hat aber nicht funktioniert, würde ich sagen. Also jetzt sind es rechts erobern, das ist nur plus 1. Wobei, die haben sogar schon plus 1, weil die ihren Comment da oben jetzt hingebracht haben, einem Stück. Dann hätten sie halt, also im Grunde genommen ist es ja dann plus 2. Warum eigentlich? Ach, weil wir die linken Seite haben. Genau. Aber das ist immer noch zu wenig, denke ich, für 10 Minuten. Die Mitte muss zusätzlich da rein. Uns reicht das nicht. Und es sieht auch nicht so aus, ob das hier besonders lange halten würde. G-72 bei der Arbeit. Alles Gute von oben. Ich nehme an, das war ein ATJ-M-Pflieger. Hat aber noch rechtzeitig gesmogt. Wobei ich hatte das Gefühl, dass die Rakete erst daneben ist und dann gesmogt hatte. Dogfight, dogfight, dogfight. Ist das noch ein dogfight, wenn man nur Raketen schießt? Die Afghanskis räumen auf im 1000er-Pack. Ich vermute, dass der Gegner das für eine Schilka hält, weil er schon mehrmals im Seed da war. Aber es sind Afghanskis. Das ist ja ein schmutziger Trick vom Fischi. Sieht man aber, glaube ich, auch in einer Menge der Schüsse, dass es keine Schilka ist. Also die meisten werden nicht drei Schilkas benutzen auf einer Stelle. Und die meisten werden auch nicht links und rechts drei Schilkas haben. Und die meisten haben die Schilkas auch nicht immer an und aus perfekt, wenn die Seeds kommen. Und von da hast du aber gedacht, liegt er sehr nah, dass ein Afghanskis ist. Ich habe allerdings auch nicht mehr lange hier gespielt. Also vielleicht hat sich da was geändert inzwischen. Die überfahren das jetzt hier. Also sehr schöne Reaktion von Fischi. Direkt das Kommentar versucht anzugreifen. Also dieses schwere MG-Feuer auf Helikopter, das hindet mich jedes Mal an Star Wars. Schaden. Und beide eben über. Da müsste man ein Cluster rein. Ich frage, ob wir noch einen haben. Der Kommentar ist irgendwo im Nebel. Er wird gesucht. Da ist er. Das ist der Kommentar. Nee. Da vorne vielleicht. Die Frage wäre, zu wem gehört. Du vielleicht? Die haben ihn noch wieder erwischt. So, weiter geht's. Sie wollen den anderen Kommentar hier hinten haben. Spätznaß-Helikopter. Teufel auf, wie ist denn Spätznaß-Helikopter dann einem Stück durch? Ist ja krass, Mann. Ja, den haben sie jetzt erwischt. War kein Kommanzer-Darkoment, oder? Regel Nummer eins, Kommanz-Panzern. Tatsächlich wurde der sofort von dem Flieger abgeknallt. Der Spätznaß hat es aber überlebt. Also einer von denen. Felix lebt noch. Und Felix schießt jetzt sicher gleich ein paar Uhrs ab. Felix ist allerdings ein bisschen angeschlagen. Bam. Jetzt kommt die Schilka. Die holt er sich jetzt auch als nächstes. Ist halt ein Gru, ne? Elite-Infantrist. Aber die hatten ja einen Satz-Komment vorne in der Mitte. Von da hat das jetzt wenig Einfluss. Aber man sieht schon, dass es langsam bröckelt bei dem Blauen. Oh, Schilka-Tod. Teure Sache. Also die Spätznaß-Aktion in der Backline abgesetzt hat sich richtig gelohnt. Und er ist wohl noch nicht fertig. Die haben halt keine Waffenbeine. Die decken ihn zwar jetzt auf, aber wer soll ihn denn töten? Ja, E-Bomber wahrscheinlich. Ja, der Cluster wird es natürlich nicht machen. Wo willst du mit dem Cluster hin? Ähm. Hä? Warum war da ein Cluster? Ich bin ganz sicher, was ich mit dem wollte. Den hätten sich auch kein Target. Aber sie schwächeln gerade ein bisschen, ne? Die Tank. Adlery ausgeschaltet. Also die Spätznaß, ne? Die räumen hier echt ordentlich in der Backline auf, muss man sagen. Plus 1 für Rot. Also noch 8 Minuten. Die Frage, ob sie halt nochmal hier einen Push in der Mitte wagen können. Und dann nochmal plus 2 machen. Oder plus 3 wäre das ja dann, ne? Luftraum scheint auch ein bisschen contested. Auf der blauen Seite allerdings. Und das war der Spätznaß. Und da sind halt Osas und Bucks, ne? Auf der blauen Seite. Man muss den Mund allerdings hinterher ziehen. Da schläft er gerade ein bisschen. Oder die auch ein Stück zurückziehen, weil da sicher gleich ein Bomber kommt. Da ist ein Seed. Rechts war eine... Oh, da hatte ich mal vergessen, den Flugkopf auszumachen. Und tot. Ja, sowas muss natürlich bestraft werden. Das geht nicht anders. Die haben jetzt, glaube ich, schon wirklich 4 oder 5 Seed-Flieger gehabt. Das ist so krass, Mann. Ob es sich lohnt, ist immer eine andere Frage. Weil die müssen teilweise 4, 5 Radar abschalten, ne? Damit die sich hinlantieren. Und das machen die sehr selten in dem Umfang. Links nochmal ein Push. Wieder so ein Hubschrauber, der halt wieder eine Luftlandung machen möchte. Ist natürlich sehr gefährlich, glaube ich, die Verzweiflung jetzt, ne? Weil da wird in Sicherheit wieder irgendein Flieger kommen, der drauf reagiert. Oh, der fährt genau in die beiden Comments rein. Das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Ist die Frage, ob es noch nicht besser wäre, die vielleicht sogar abzuladen, den Infanteristen oder dann wieder durchzustecken und dann nochmal zu starten in den Helikopter. Einfach, weil es einfach zu gefährlich in der Backline hier ist, ne? Also ich würde die wahrscheinlich hier aussteigen lassen. Da schadet es Ihnen die Abseilen in dem Spiel, ne? Die Einheiten, dass Sie das nicht eingeführt haben von der Grafik. Weil dieses schnelle Aussteigen, fände ich schon eine wichtige Mechanik. Und sie sah auch cool aus. Fallschneider fände ich auch cool. Jetzt würde ich da aber kein Picknick feiern, mein Freund. Ist in den Baum gelandet. Ja, und wieder Spätznaz hinter den Linien. Und der geht das Comments-Jagen, ne? Ungepanzerte Comments-Jagen. Da sind ja zwei Mortar und ungepanzerte Comments. Für die Mortar ist er jetzt nicht benutzt unbedingt, aber hey. Und der ist auf jeden Fall da, wenn er jetzt nicht im Flieger kommt, der den auslöscht, dann kann er da hinten richtig Havoc treiben. Da ist schon wieder eine Seat-Rakete gegen die Kupp und tot. Also der Luftraum scheint von den Roten jetzt langsam erobert zu werden. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Fischi seine Flugabwehr hauptsächlich rechts hat. Sobald die Schilker und die Afghanski sind alle rechts. Macht ja Sinn, er hat ja rechts gekämpft. Aber es fehlt natürlich eine Mitte ein bisschen. Die beiden Abfangjäger scheinen auch schon lange tot zu sein, die er hatte. Und sein Mitspieler hat wohl keine mehr Flugabwehr, keine gute. Also wir merken halt, dass der Luftraum komplett von Rot dominiert wird gerade. Und der deckt jetzt natürlich in Sachen auf und snipe die auch selber. So 25. Ja, der wartet, dass der Infantrist auftaucht und dann will er den Bomben. Also nicht Bomben, sondern mit einem Mg. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Abfangjäger. Uh, daneben. Und tot. Also wie gesagt, ihr solltet halt nicht gepanzerte Flugzeuge im eigenen Luftraum verlieren. Das ist sicher nicht gewollt. Jetzt muss er aufpassen wegen dem T-72. Er will den Kommentar. Ich meine, klar kann er die auch töten. Und wenn er sich Zeit nimmt, reicht das vielleicht auch. Aber jede Sekunde, die er drin wartet, bedeutet ja auch, dass ein Bomber kommen kann. Oder ein Hubschrauber. Also Venture ist besser gewesen, zu versuchen zu fliehen. Ich weiß nicht, ob es klappt hätte. Ich glaube nicht, dass er hier locker gelassen hätte notet. Aber, ne, dass er den Kampf nicht so super gewinnt. Den wollt ihr halt haben. Schade um den Trupp. Ja, wir haben plus zwei. Die holen jetzt massiv auf. Haben aber noch nur vier Minuten Zeit. Also den plus zwei Sektor in der Mitte haben sie. Und die Luftangriffe laufen ja immer noch. Also die sind jetzt dabei. Die interessante Frage wäre wirklich, wenn das Spiel jetzt noch 20 Minuten gehen würde, oder ob die das nicht durch Kampf gewinnen würden, die Roten. Clusterbomba. Sicher, da oben hat er wahrscheinlich drauf geschossen. Bam. Da kommen die Iglas. Also man merkt schon, dass sie das realisiert haben, dass die Flugabwehr zu dünn ist. Oh, der Luftraum, Mann. Und jetzt mit einem Mg. Der fliegt einfach strafing rüber und vernichtet einfach alles. Schilka. Weg. Also der Schilka ist schon praktisch immer die Hand. Und zieht. Nein. Daneben. Das ist mal Pech. Obwohl für's gewöhnlich auch die Reihenfolge andersrum wahrscheinlich besser gewesen wäre. Aber hey, trotzdem. Netter Versuch und noch ein Schuss. Und auch daneben. Der hat voll Glück, ne? Der Hippie. Okay. Ja, aber die sind die komplett im Überlaufen, ne? Siegpunkte trotzdem. 500 Unterschied. Drei Minuten. Die müssten, glaube ich, jetzt ganz schnell alle Comments ausschalten und eigene auf die Sektoren bringen. Ob das noch was wird? Also muss ja nicht mehr haben als der Gegner. Es reicht ja, wenn man in der Nähe des Gegners ist. Ich glaube, früher war mal so von 10% gesprochen der Punkte. Damit es ein Unentschieden ist. Das wäre ja auch schon mal besser als Verlieren. Da hat jemand von hinten geschossen, oder? Es ist so krass mit dem Luftraum. Da sind die im Ersatzkomment getötet. Klar, macht durchaus Sinn, ne? Also wenn man was tötet, dann fährt direkt da rein. Hat man ja auch nichts davon und der war jetzt schon killbar. Aber der Luftraum, ne? Bam. Die tun schon mit, mit ATGM-Fliegern versuchen, Luftüberlegenheit herzustellen. Also die Luftabwehr bei Blau ist vollständig ausgelöscht, habe ich den Eindruck. ATGM-Flieger, schon ein bisschen Verzweiflung. Da kommt zwar die Iglas, aber das ja weiß Gott keine Luftabwehr. Das könnt ihr vergessen, die Flugzeuge. Die Schilker ist das Einzige, was noch ein bisschen funktioniert. Das ist halt richtig gut, dass sie eben nicht vom Sieg getroffen wurde. Haben wir jetzt den Comments auf den Sektor gebracht? Plus drei. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen in dem Sektor. Uh, der hat eine Kanone auf dem Dach. Ist unsichtbar. Die Frage, ob die noch Bomben überhaben. Luftüberlegenheit haben sie ja nicht im Süden. Also von daher wird es vielleicht schwierig, den zu töten, wenn das MG das nicht macht. Das ist der Panzer, ne? Also wenn sie das jetzt hier abknallen, die Smoken, das überlebt. Sehr schön. Jetzt muss dann doch der Bomber ran. Aber welcher Bomber, fragt ihr? Ja, welcher Bomber? Ja, und der Heli ist zwar leer, ist wahrscheinlich jetzt nur da zum, keine Ahnung, um Schüsse abzufangen, um abzulenken. Plus drei. Ja, Comments hat sich aber aufgelöst. Also der Angriff hätte noch wehtun können, der unten. Noch eine Minute geht das Spiel. 400 Punkte Unterschied. Mit dem hätten sie vielleicht sogar ein Unentschieden jetzt rausgeholt. Das ist sogar eine Buck, die ist aber leer. Und eine OSA. Aber Luftraum ist ja schon dominant. Also die Flughafen brauchen sie wahrscheinlich eh nicht mehr. Jetzt kommen die ganzen Sprezzmars da rein. In die T-55. Da sind sie. Also in dem Smoken würde ich nicht reinfahren. Ich würde auch nicht ranfahren wollen. Wer weiß, was da jetzt rausguckt, jeden Moment. Aber mutig, ne? Wenn man da jetzt reinläuft. Würde ich mir zweimal überlegen. Alles in den Smoke. Da ist da kein Comments oder so drin, ne? So, hier vorne gibt es auch eine Flanke. Die sind noch nicht fertig mit den Comments. Ja, sind gleich bei 800 Punkten. Ist aber jetzt in vier Sekunden, ist jetzt jeden Moment vorbei. Also eine sehr schöne Runde. Ich denke tatsächlich, dass die Roten das gewonnen hätten, wäre das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen. Was sagen denn die Kills hier ungefähr? Das Fishy-Team hat so 15.000 Kills. Und die haben, ja, 16.000 Kills. Also tatsächlich haben die leicht mehr nur. Aber was vielleicht wichtiger als das ist, ist einfach die Frage auch, wer hat denn noch Flugabwehr und Bomber gehabt, ne? Und das sah doch schon sehr klar entschieden aus. Also eine sehr schöne Runde meiner Victory. Hätte ja fast nur entschieden geben können. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, also kann man glaube ich schon sagen, war ein Top-Spieler, ne? Hat sich sehr schön angesehen, das Spiel. Und ging hin und her. Wunderbares Replay. Großes Danke an Fishy fürs Schicken. Bis dann, ciao, ciao.